Die Gefahr wächst, gleichzeitig bricht aber die Hilfe durch die Selbsthilfegruppe weg. Und da kommt es natürlich dann tatsächlich zu Rückfällen, klar. Alkohol kann ein unerbittlicher Feind sein. Deshalb bekämpfen ihn Suchtgruppen wie die von Gerd Ringwald gemeinsam. Doch allein hier hat es während der Pandemie zwei Rückfälle gegeben. Auffällig viel, meint der Gruppenleiter. Schuld daran sei vor allem die Isolation durch die Pandemie. Dabei sind die Ängste keine Unbekannten. Ich glaube, die Ängste sind nach wie vor die gleichen. Es kommen einfach welche dazu. Sich gegenseitig zu unterstützen, ist für Selbsthilfegruppen gerade unglaublich schwer. Auch der Detmolder hat hier 2010 selbst Halt gefunden und seine eigene Sucht in den Griff bekommen. Der Weg dahin war alles andere als leicht. Ich bin durch verschiedene Umstände da reingerutscht und konnte das in der ersten Zeit gar nicht wahrhaben wollen. Ich habe es auch geleugnet und habe das Problem runtergespielt, bis es dann irgendwann mal so heftig wurde, dass ich gemerkt habe, du musst was tun. Wie schwer dieser Schritt für viele Menschen ist, wissen auch Jasmin Sasse und Silke Stegelmann, die gemeinsam die Selbsthilfe-Kontaktstelle im Kreis Lippe koordinieren. 180 Gruppen zu 60 unterschiedlichen Themen gibt es allein in Lippe. Es geht um psychische Erkrankungen, um Sucht, um Trauer oder auch chronischen Schmerz. Doch durch die Pandemie stehen viele Gruppen kurz vor dem Aus. Das, was wir wissen, ist, dass es Suchtgruppen gibt, die in dieser Zeit eine Rückfallquote von zwei Drittel der Menschen dort hatten. Das sind Zahlen, die können wir schon jetzt so aus den ersten Rückmeldungen ablesen und heraushören. Fakt ist, die Menschen, die einfach vorher schon eine große Not- und eine Lebenskrise hatten, für die wird sich die Situation nicht erleichtert haben. Normalerweise können Gruppen auch die Räume in der Detmolder Kontaktstelle nutzen. Doch seit Mitte Dezember bleiben hier die Stühle leer. Treffen sind durch die geltenden Kontaktbeschränkungen nicht erlaubt. Viele weichen daher in die digitale Welt aus. Damit versucht auch die Suchtgruppe von Gerd Ringwald zurechtzukommen. Seit acht Jahren ist der Detmolder erster Ansprechpartner und kümmert sich um die Organisation. Während des ersten Lockdowns haben die zwölf Teilnehmenden noch nach Ausweichmöglichkeiten gesucht und sich über den Sommer im Freien getroffen. Mit Abstand und Maske. Jetzt macht ihnen der Winter einen Strich durch die Rechnung. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, aber ansonsten ist es natürlich sehr eingeschränkt. Das kam jetzt auch am Wochenende in der Kommunikation in der WhatsApp-Gruppe ganz klar raus. Es wird vermisst. Dass der digitale Austausch nicht ausreicht, diese Rückmeldung bekommt auch Silke Stegelmann immer wieder. Also den Gruppen geht es im Moment nicht gut. Das ist das, was wir mitbekommen. Denen fehlt tatsächlich der persönliche Austausch. Auch digitale Austausche sind immer nur eine Brücke. Wenn man sich persönlich trifft, ist es einfach so, dass man die kleinen Zwischentöne hört. Dass man sich noch mal wieder ganz anders wahrnimmt als jetzt mit einem Bildschirm. Da ist diese Sicherheit nicht da. Und wenn man jetzt eine Suchtgruppe nimmt zum Beispiel, die nehmen das ganz anders wahr, wenn man neben jemanden sitzt, die Fahne, die riecht man dann schon. Im digitalen Austausch sehen sie es nicht. Digitale Treffen sind auch für junge Menschen gerade das einzige Mittel, um Kontakt zu halten. Die Detmolder Gruppe Mut zur Lücke hat sich erst kurz vor der Pandemie gegründet. Sie richtet sich an Menschen zwischen 18 und 35 Jahren. Auch wenn die sechs Mitglieder vom Alter her in der digitalen Welt eher zu Hause sind als manch andere Gruppen, fehlt ihnen etwas. Wir können uns nicht mehr treffen innerhalb des paritätischen Dienstes. Das ist natürlich sehr schade für uns, weil gerade der persönliche Kontakt macht sehr viel aus, dass man sich halt miteinander helfen kann und schaut, wie geht es den anderen wirklich. Man hat Augenkontakt, persönlichen Kontakt und es macht viel aus. Wir haben jetzt nur noch die Möglichkeit über WhatsApp oder Skype, also sprich über den Online-Bereich. Aber das macht es auch für andere schwierig, die neu sind, sich natürlich auszuleben, weil wer erzählt schon gerne von seinen privaten Sachen in einer online-digitalen Welt, wo man die anderen Personen vorher noch nie gesehen hat. Koncha Fettig ist Borderline-Patientin und hat die Selbsthilfe als Ankerpunkt neben der Therapie für sich entdeckt. Die 30-Jährige bekommt oft mit, dass sich bei Menschen ohne festen Tagesrhythmus die Probleme durch die Pandemie noch verstärken. Bei mir ist es halt zum Beispiel so, ich habe halt eine Vollzeitarbeitsstelle, sprich ich habe dieses Lochproblem nicht, weil mein Tagesrhythmus ist ganz normal geblieben. Aber für all diejenigen, die das nicht haben und die jetzt wirklich in ihrem Zimmer isoliert sind, weil außer Einkaufen bleibt ja nichts mehr. Es gibt keinerlei Aktivitätsmöglichkeiten, die man draußen sonst noch machen kann. Und das ist dann wirklich schwer, da dann positiv zu bleiben. Und gerade dem Menschen muss man dann halt besonders viel Kraft mit auf den Weg geben und denen auch die Hand reichen, dass es weitergeht. Denn gerade Menschen mit psychischen Problemen kommen in der Pandemie oft zu kurz und müssen sogar bei Behandlungen zurückstecken. Die Selbsthilfe ist eigentlich ein fester Austauschpunkt, der den Menschen zusätzlich Kraft geben kann. Wenn auch dieser wegbricht, bleibt oft nur der Fall ins Bodenlose. Und vielen fehlt momentan die Hoffnung, wann es endlich weitergehen kann.